herzlich willkommen zurück zu der wendigkeit so jetzt gucken uns mal den stopwatch modus an bände alle missionsziele so schnell wie möglich dann wechselt mit dem team die seite und okay wir sind quasi jetzt solche missionen anledigen wie zum beispiel zerstöre das oder hier in dem fall lassen sie sich blablabla reparieren wenn wir das geschafft haben wechseln wir glaube ich die seiten so wie ich jetzt nicht gestanden habe und dann wird halt die zeit gemessen don't linkenberg okay ja das stimmt den phantom das ist ein arschloch jetzt kommt proxy okay ich will beitreten also ich bin heiß also das habe ich den sniper fakt ist deutschland ja 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 Hä? What? Alter was geht? Du bist tot. Ich muss zugeben. Das war schlecht. Hä? Wo gehts denn hier hoch? Verdammt. Ich hätte mich hier gar nicht zurecht. Was? Alter. Hat er noch zu uns gesprochen? Alter was geht? Alter. Was ist denn hier los? Das ist ja abnormal. Okay. Hier findet man definitiv noch der Skill. Ohne Scheiß. Das ist ja abnormal krank. Was die hier vom Stapel lassen. Nein. Nein. Das ist ja so. Alter das ist ja abnormal was hier abgeht. Das ist ja... Ja. ich hab das gibt es doch das ist doch unmöglich ich hab doch ich war ich war da unten ich war doch unten ach doch ich war doch und verdammt oh fuck ich war doch unten ich bin was ich bin 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 Nein! Mino! AAAAAH! Alter, da war was... Ich muss von der Seite kommen, das wird zum Nächsten. Ich muss von der Seite kommen. Boah, ist zum Katzen. Ohne Witz. Alter, was ist denn das für den Scheiß? Alter, boah, das ist so böse. Alter, was ist das für den Scheiß? Er ist ein Buster. Der Pisser steht am anderem Haus. Und jetzt wechseln wir die Seite, dass wir verteidigen und die angreifen. Da habe ich den aber, den sieben weggeholt, Jungen. Das ist ein Buster. Oh, ich... Fick dich doch. Fick dich doch. Alter! Ich habe die falschen Leute dafür den Scheiß drin. Alter, leck! Ich habe ohne Witz die falschen Läufe finden den Scheiß drin. Das ist ja krank! Was? Ich komme halt mal zum Zug. Das war's. Der Scheißlaser, Alter. Was ist denn das? Alter, leck. Alter, ich soll hier 9.000 und 12.000 Erfahrungspunkte machen. Alter, das ist ja abnormal. Okay, ich glaube, das ist das hier. Scheiß, Alter. Zerstören Sie die Wand, zerstören Sie den Container, okay. Also nur zwei Einsatzziele. Ob wir das hinkriegen, keine Ahnung, Alter. Die Wand muss weg. Der Level 97. Was? Level 99? Alter, was ist das denn? Der ist 1199. Der ist 1199. Alter, was geht? Ich bin doch blind. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein kleines Problem. Oh fuck, sorry. Ich hab den getroffen! Hilft der mir? Hopfer. Oh. ich hab mich kopfer für die gute sache genius wo war die dort hinten wieder am campen medik medik Ich darf nicht so schnell sein, bin ich nervös, ob hier irgendwo Minen sind. C4 auf der Objektive, nicht lassen sie ihn verfolgen. Grenada! C4 hat einen Arm gelegt. Defend ihn! Alter, du Bitch! In der Bombe ist der Safe. So. Probier mal die Praniale-Lösung. Wir gehen rein und töten. Mit Kuh aktiviere ich den Luftangriff, ok? Wir haben den Luftangriff. Wir haben den Luftangriff. Ich bin falsch, oder? Ja, ich bin falsch. Erwischt! Zwei erwischt! Ha, 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 ha. Oh, herrlich. Schade, ich hab' gesagt, die ist automatisch. Die schießt die ganze Zeit. Aber das ist gar nicht so. Schade, eigentlich. Verzieh dich. Scheiße, langsam ist er auch noch. Uncool. Verzieh dich. Ich hab' die zu spät gesehen. Das dumm ist, ich hab' ja offline, bevor ich die den ersten... Halt's maul. Bevor ich angefangen hab' hab' ich ja... Ich hab' Oh, das wär' so ges... Alter, das wär' so resumiert gekommen. Okay, jetzt hab ich sie wieder. Jetzt geht's ja weiss. Ja, wir sind? Ja, ich hab' sie wieder. Vielen Dank. Ja, ich hab's ja wiederum. Ich hab' es geflogen. Ja, ich hab's geflogen. Ja, ich hab's geflogen. C4 auf dem Objektiv. Ich habe gedacht, es hat mir jetzt geklingelt, deswegen bin ich gerade AFK gewesen. Okay, okay, okay. Nicht nur umhängt. Wieder Wichser. Geschafft. Oh. Da war das... Da war das Ding nebenan irgendwo. 99, alter Scheiße. Sonst ist der Typ gar nicht mehr da. Der ist level 70, der ist 26, 27. Alter Schwede. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass die wirklich, wirklich lange das Spiel gespielt haben. Man kriegt zwar, keine Ahnung, 5.000, 8.000 Erfahrungspunkte, aber im Endeffekt sind die... Ist das ein Witz, was man da bekommt. Ohne Scheiß. Okay. Ich stecke jetzt mal da um. Die wollen da hin, okay. 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 Da ist einer. Okay. 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 Oh fuck, he's evil in his. Landmine, plant it! Kacke! Kacke! Oh, du! Alter, der hat nur noch 10%. Alter! Alter! Rennt doch! Verdammt, rennt! Oh, du! Oh, du! Ah! Oh, du! Oh, du! Die Plante C4 Reloading Plante them on Diffuse the C4 C4 diffused Sorry about that Erwischt Nein Oh du Panzen Scheiße hält der wieder aus So ich schläge einfach an beiden den ganzen Teil rein Die Plante C4 Reloading So meine Freunde Diffuse the C4 Lüftwasser mit der Chemie drin liegen Scheiße 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 Fuuuuck Fuuuck Sooo... Objektiv destroyed! Damn! C4 defused! So... Komm raus! Oh fuck! Die hat mich gesehen! Scheiße! Mann! Meine Miege sucht so drinnen weg! Scheiße! Ich hab's geschafft! Scheiße! Hab ich nicht geschafft! Die ist aber fast in Schaft! Die ist fast in Schaft! Oh! Oh! Alter! Die ist fast in Schaft, Jungs! Alter, mach'n Scheiß jetzt! Die ist fast in Schaft! 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 Oh! Alter Scheiße! Die ist fast in Schaft! 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 Die ist fast! sobte Stets pack! Sie sind trotzdem verdident! Das wünschen sich! Sie sind dann sei Alter, das war eine Runde, ey. Alter, jetzt mal. Die B2-Mission muss ich mal aufnehmen, Alter. Weil das dauert echt extrem lange, ey. Shit, wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Aber, wir machen jetzt noch so ein geiles Packet auf. Oh, hier ist ein Diamant dabei. Ah, fast. Ah, schade. Auch nicht schlecht. Ein Eisen. Ich sehe auch gerade, die haben sogar verschiedene. Alter. Ach so, von der Waffen wahrscheinlich angepasst. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Beckel, Kampfmesser. Schleidig, Waffenwechsel um 30%. Erhöhnt die Genauigkeit nach Wiederbelebung um 30%. Ah, okay. Ach, das ist eine Sunny-Einheit, okay. Niedlich, niedlich. Nämlich magisch, zärtlich. Äh. Alter, Schwede. So, im nächsten Part. Ich will unbedingt das hier bitte 15.000 schaffen. Machen wir wieder normale. Also, ich werde wahrscheinlich nur mit ihm spielen, wenn ich unbedingt die 1000 Münzen gerne hätte und 15 Erfahrungspunkte sammeln muss. Mit dem. Oder ist das insgesamt? Oder muss ich den nur drin haben? Hm. Das war mit der nächsten Part 10 von Dirty Bob mit Samken. Meine Wenigkeit. Und den sind auch rein und macht irgendwas sinnvolles, ne? Yay. соз� DriveGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGerGer